Ja, Moneymaker bei der Arbeit, 60-fach. Musst du ja spielen, oder? Ich verstehe mal, dass du 6 Euro, 12 Euro kriegen würdest. Das wäre ja noch okay, weißt du? Das ist aber sowas natürlich, so 3 Stände von selber. Und ich meine, irgendwie, nicht mal 3 Kirchen, oder 1,20 Euro oder was? Keine Ahnung, nichts. Guck mal, schuf raus. Da hat jemand aber schon vorher schon passend verloren. Egal, vielleicht macht der irgendwie nichts. Ich habe da 100 Euro, 20 Euro. Die Steine zu mir. Oh, ich warte nicht. Busmarker. Ich kann gleich weitergehen. So. Ich mach weiter. Ich kann gleich weitergehen. Guck mal. Wie gibt der Niveau jetzt noch nicht? Ja, der geht bis 105, 104. Ich weiß. Der kleine Scheissgebrüche, nur so hoch. Der kleine Scheissgebrüche, immer noch nicht fest. Da ist ja der Steine drauf. Ist ja mies. Dauert lange, bis da mal rein kommt. Ich weiß. Bei der ist ja wohl raus. Ach ja. Da muss ja du mir den hier. Oh no, hey. I need to cut the paws in there. I don't know if it's... Oh no. Wow. 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 Bisschen Abwechslung zwischendurch. Während der Ladezeit. Ja, deswegen. Okay. Ich muss vorher... Vorher muss der Opion. Ich glaube, der wartet jetzt ab. Egal, ja. Schlimmer ist, ich kriegst keine Gewinne, ey. Mann, ist das Spiel jetzt nicht mal. Du bist gar nicht bei mir im Video. Ja, ist drin. Ja, guck mal. Jetzt ist sieben, ne? Eine Linie vorn, plus drei Vierer. Da noch eins, zwei, drei. Eins, drei mal. Ja, korrekt. Halt das schön drauf. Ja, Kollege, sind die Sieben da gekommen? Komm. Habe ich schon gesagt? Ja, sicher. 5,64. Habe ich doch gesagt. Korrekt. Ne? Haben wir alle sieben Pfingsten einmal hier. Da musst du dran, Kollege, musst du dran. Korrekt. Ja, logisch. Ja, logisch. Kann ich ausmachen? Nö, kann ich auch ausmachen. Nur kurz hier eins für meinen Kollegen hier in ein Foto schießen. Was ist der jetzt noch? Wird ein! Verst du das so? Das ist der jetzt. Was ist der jetzt? Wir sind aufzuhren, dass in den Kürbischitletchen gehen. Wir sind da. Wir sind von der Kürbischitletchen. Wir sind von der Kürbischitletchen. Schöpisch. Schöpisch was für die Kürbischitchen. Das ist ein bisschen schick, ein bisschen schick, ein bisschen schick, ein bisschen schick. Kein Metawatt für Spieler. Nur am fressen ich gestern. 40, 50 Euro schon drin jetzt und hier in der Kiste kommt kaum ein Gewinn. Nicht mal ein Vierer oder sowas hat das jetzt gezeigt, egal welches Spiel, ob Sparta oder sonst was. Ja. 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 Wollen wir mal was buchen und dann schauen wir mal weiter. Logisch. Klar müssen wir jetzt spielen, mal direkt so kommen im ersten Dreh, dann wäre schon die Algonite. Oh, wasser. Was gibt dir jetzt für? 10x5 kommen jetzt ja. Klar. Die ersten sind schon 80%. Klar. Oh. Welch eine Gnade. Gibt ja nichts, wenn dann wieder 7, 8 Spiele nur leer wird. Ja. Dann kommen die Verlängerungen schnell hintereinander oder dann machen wir das Glück. Ja. Genau sieht aus. Ja. Ich bin die Zahlen. Ja. 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 Der ist so affisch geworden, das ist ja auch nix. Unnötige Verlängerung. Spinnerei ist der für Arscherei. Wer ist das? Die Zeit ist nicht vorbei. Bitte? Die Zeit ist nicht vorbei. Die Zeit ist nicht vorbei. Jetzt hast du einmal wieder Spiele, jetzt kriegst du wahrscheinlich keine mehr. Wahrscheinlich. Die Zeit ist nicht vorbei. Die Zeit ist nicht vorbei. Ich glaube jetzt. Das ist doch so eine Verarscherei. Man trägt einmal so und dann mit dem nächsten. Ja, logisch. Die hat die Preise dann unbedingt gebraucht. Jetzt drei daneben. Weihabend. Mit diesen AufIO? AufIO? Wahnsinn. Gar nichts mehr zu sagen. Das ist scheiße. 387 und man kriegt Brot und Margarine für. Das ist noch nicht mal ein Döner für. Gammelfleisch oder was. Gammelfleisch. 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 Gammelfleisch.